Und damit herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia The Two Thrones Wir haben bereits einen Lebensupgrade übersehen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob das jetzt heißt, dass ich The True Ending machen kann, so wie im ersten Teil Oder ob das irrelevant ist, äh, wie im zweiten Teil Oder ob das irrelevant ist dieses Mal Ne, dahin wollte ich schon Wie kommst du darauf, dass ich da hinspringen möchte, du Haufen Scheiße Also das ist für real Ich hab nicht mehr das Leben Wir sehen uns gleich wieder So, da sind wir wieder Wenn man stehen bleibt, schnackt der einen übrigens die ganze Zeit voll Ich hab die Gegner hier einfach dieses Mal nicht besiegt, sondern ignoriert Aber ich mir dachte, ja, fickt die halt einfach Hat funktioniert So So, jetzt können wir hier nämlich einfach hoch Na, jetzt können wir einfach hier hoch Oder? Genau Einmal drehen und da hin Und jetzt bitte auch hoch Jetzt hab ich, äh, das Lebensupgrade Wie gesagt, wir haben eins zu wenig bis jetzt Jetzt halt die Frage Yau, ist das relevant oder ist das nicht relevant? Wäre schön, wenn es nicht relevant wäre, muss ich echt sagen Aber ich hätte schon Bock auf 100% Also auf True Ending Aber ich hätte gar keinen Bock, jetzt nochmal das Spiel dafür durchzuspielen quasi Danke Babylon war schließlich gefallen Und niemand war mehr da, der den Prinzen zu Hilfe eilen konnte Er war der Stadt Letzte Hoffnung Würde er versagen, wäre Babylon für immer verloren Das ist nicht ganz richtig, weil wir haben ja noch Er begnügte sich nicht mehr mit der Krone Er wollte ein Gott sein Aber wurde der Prinz die Lage erkennen, in der er sich befandte? Und wenn ja, würde er die Bürde schultern? Würde er ein Held sein? Hast du? Danke Wir haben ja noch, äh, die andere Dame dabei Die uns ja eine große Hilfe ist, bis jetzt Bis jetzt ist hier auf jeden Fall sehr hilfreich, muss ich sagen Ähm Ist hier irgendwas? Nö, okay Gut Das sieht aus, als ob man es aufmachen könnte Kann man aber scheinbar nicht Dann würde ich sagen Nehmen wir mal hier hoch Ich will mal wieder ein bisschen Assassinen-Action fühlen Schöner Checkpoint Ja, wie sollst du Wollen wir mal ganz kurz was gucken So Ähm Wir sind jetzt beim vierten Part Das heißt, ich muss noch drei Alles easy Aber ich sah den Visier Oder was aus ihm geworden ist Er flog in Richtung Palast Dann müssen wir dorthin Einverstanden Aber es scheint ich Naja, stecke fest Wird dir so gut diese Tür zu öffnen? Help step daddy, I'm stuck Wegen der Wirklichkeit Doch ich glaube, das geht zu weit Warum Wird das zu weit Mein Freund Das begreife ich nicht ganz Kann ich sie rauslassen? Keine Ahnung, okay Gut Ich denke wir können da hinten weiterlaufen Wahrscheinlich lassen wir da irgendwann Automatisch raus, oder? Bestimmt Also hoffe ich halt wirklich Sie ist halt eine Riesenhilfe Hat zwar echt wenig Bock darauf Dass sie drauf geht Das wird mir gar nicht gefallen Gut Da laufen zwei herum Kommt der eine wieder her Kann ich den dann einfach aufstechen Das wäre sehr angenehm Dreht dich um Ich bin direkt unter Über dir Okay Und tritt Ich blocke Und aufstechen Ist tot, okay Das hat wieder nicht so gut funktioniert Muss ich sagen Das war nicht so fair Ja, das Tor um sie freizulassen, oder? Wieso kann ich das Ding hier rumziehen? Wofür ist das? Ach, wahrscheinlich dafür Dass das Tor offen bleibt, ne? Auch wenn ich einfach mit Schnell durch könnte Servus Ah Okay, das sind Zwei Gegner Drei Wieso sehe ich den dritten da nicht? Hä? Ach, da ist noch einer Okay Wir tryen mal Ja, so können wir ja nur den einen machen Das hat ja gut funktioniert, Bruder Das hat ja gut funktioniert, Bruder Ich habe zu früh gedrückt Okay Damit habe ich mir eigentlich nichts gespart Und weg Gut Ich bin ein wenig enttäuscht Warum Sagst du bitte warum? Freund Okay Wagen, ja da kann man nicht kaputt machen Schade Da ist ja so ein Zieh-Ding Echt gerne Ein Da Danke Meine Fresse Ey Wofür ist das? Darüber müsste ich auch so können, ja nicht Nicht so Da sind noch mehr, okay Nee, da habe ich mich einfach nur festhalten brauchen Wieso kann ich ihn nicht assassinieren? Achso, weil er sich gerade wahrscheinlich zu mir gerät hat Ja, jetzt kann ich ihn Ich warte noch kurz Naja, ich muss schneller, okay Das Timing habe ich langsam raus für die Combo Ich meine, das ist auch wirklich nicht schwer Wofür ist der Schalter? Wofür ist der Schalter? Wofür ist der Schalter? Ah, okay, der ist für sie Ja, go on da Worauf schießt du jetzt? Danke Was sagt er dir? Egal, weiter Sein innerer Monolog mag sie nicht Ich verstehe wirklich nicht, warum Sie ist echt ein netter, Annette Ich hätte gern das Schwert Was da liegt, muss ich sagen So Können wir hier bitte Neues? Ja, hier So Nicht so, wie ich so eine Kiste Ich will nicht alles kaputt machen Falls ich mir noch was brauche So Dann können wir hier wieder rum Können wir hier einfach hoch Ja Okay, also wenn das nicht so ein Krampf wäre Umzugucken, würde ich glaube ich Besser die ganzen Geheimnisse Wohlen auf Habe stunden Du springst zu viel Zeit Um mit Rücken hinterher zu schauen Muss das sein? Ihr klingt verärgert Etwa eifersüchtig Ich will nur möglichst Ich will nur möglichst Okay, das war es nicht Ich will nur möglichst schnell zur Ballast Hm Ich bin verwirrt, was zu tun ist Ah, okay Das war wirklich eine Kante Aufgrund der matschigen Texturen Sehen die Sachen oftmals aus, als ob sie eine Kante wären Aber sie sind es halt nicht Oder sie sehen halt auch nicht so aus, als ob sie es wären Sie sind es trotzdem Das war ganz schön knapp, Alter Dann hier rauf Darüber Okay, ich hatte ja erwartet, dass ich das Ding treffe Aber leider nicht, leider gar nicht So Wir sind bei zwölf Minuten Heißt, wir haben noch einen Augenblick Es ist komisch jetzt mit zwei Frauen Quasi zu arbeiten, weil die eine ist ja die Erzählerin Hm Kira K, Kai, Kai Kira Ich komme die ganze Zeit auf Kira Weil ich an Kira Metz denke oder Kailer mit. Okay, das funktioniert nicht so gut, weil ich da nicht so früh rennen kann. Danke. Achso. Ich glaube sie ist Kailer. So, dann wieder hier rum. Sprecht leise. Dort unten ist der Feind. Aber lasst euch etwas zu diesen Kisten einfallen. Sie versperren mir den Weg. Was stehst du jetzt? Genau das sind die Dinge, die uns aufhören. Ich kann nicht zurückspulen. Gutes Spiel. Hey, ich hab dir jetzt an der Zeit damit zurückspulen. Du kannst aber nicht zurückspulen. Bug wahrscheinlich denke ich mal. Ich hab sofort gedrückt. Hat nicht funktioniert. Unbelohnt auf jeden Fall. Hab gerade eben übrigens mal die ganzen Witcher-Parts benannt, damit ich Ja, ich lad einfach nochmal. Ich hab das gerade wieder verwechselt, was ich tun muss. Ich hab die gerade mal alle benannt, damit ich halt einen Überblick hab, wie viel Prinz of Persia ich gerade aufgenommen hab. Ist jetzt der vierte Part. Sieben will ich. Nein, ich hab hier eben zwei gekriegt. Heißt das, wenn ich drauf hatte, krieg ich die nicht? Übel unbelohnt. Sooo. Dann da da. Da da. Hoch. Sie kommt. Ah, das konnte ich jetzt überspringen. Ehre. Ähm. Ähm. Da will ich hin. Okay. Ich will das natürlich machen, wenn der andere direkt davor steht. Denk ich. Schauen wir mal. Oder ich will das halt machen, wenn der da hinten steht. Damit ich alleine bin. Zu früh. Okay. Fünf ist neu. Das krieg ich nicht mehr zurück gespult, oder? Ne. Das krieg ich nicht mehr zurück gespult, alter. Und Schlitz. Schön auf hier Schlitz den Buben. Ja, und das mach ich grad nicht weil, deiner Meinung nach? Ich fighte, oder? Meine Fresse, entspann dich doch mal. Bruder. Äh. Ich hab keine, aber ich will. Du brauchst dich doch nicht festhalten, wenn du nicht willst. Nö, nö. Ich komm halt wirklich hoch, ne? Okay. Das bringt mir nichts, wenn ich das gleiche sehe. Warum gibt's hier diesen... Schatz. Hm. Das bringt mir auch nichts. Was verpasst ich grade? Ich blick's grad nicht. Also hier ist natürlich öffnen können. Da ist ein Schalter. Also ein Hebel. Okay. Aua. Da darf ich doch hoch rennen. Okay. Hm. Ich würd gern den da one hitten. Ich würd gern den da one hitten. Das geht glaub ich von da aus. Man kann bestimmt alle one hitten. Na dann sieht der mich, ne? Ich das mache. Ich das mache. Junge, das willst du mir grad grad nicht ernsthaft erzählen, oder? Zu weit. Jetzt. Siehst du mich bitte einfach nicht? Sieh mich bitte einfach nicht, ja? Dass er dufte. Okay. Das funktioniert schon mal nicht so. Der läuft jetzt noch ein Stück weiter nach hinten, ne? Okay. Was hab ich gemacht, dass die mich mitgekriegt haben? Kann ja bestimmt einen ganz tollen Triple Kill machen. Bin ich mir fast sicher. Okay. Das darf ich vielleicht nicht machen, wenn die gerade herkommen. Machen wir das mal, wenn er wieder weggeht. Ich mach das jetzt. Ich hab mich gezeigt. Okay. Schade. Okay. Wen mach ich zuerst? Ich glaub ihmchen mach ich jetzt zuerst, wenn er wegläuft. Das hätte man mit Sicherheit auch irgendwie mit einem Streich machen können, aber ich hab halt nicht verstanden wie. Komm, dreh dich um Bruder. Das war ein bisschen zu voreilig von mir. Okay, wenn er sich umdreht, darf ich mich auch nicht zeigen. Okay. Du kannst grad nicht an das scheiß Portal, ne? Du kannst jetzt nicht das Portal aktivieren, Bruder. Danke. Ich glaub ich hätte einfach weiter hinter ihm rum gehen müssen. Also an der linken Seite und dann von hinten kommen. Was kriegen wir? 150 Sandkredite. Wooow! Endlich! Sandkredite. Yay! Hab ich so vermisst, dass wir keine hatten. Nicht. Äh... Was tun? Ah! Du hättest auch einfach drüber laufen können. Der fuck ist hier gelenkig, Alter. Kann den Palast von hier aus sehen. Kommt her zu mir. Da hast du ein ich vergessen, Bruder. Bruder. Schwester. Ja, komm her zu mir. Gute Idee. Okay. Gut. Schieben wir den offensichtlich mal hier. Schieben wir den offensichtlich mal hier rüber. Ich dachte man könnte mit dem Ding die kaputt schieben einfach. Kann man auch scheinbar, aber nicht wenn man zieht. Und Türchen auf. Das war knapp. Ich hatte eigentlich extra... Ähm... Ich hatte eigentlich extra... Äh... Er gedrückt gehabt, als ich runtergesprungen bin. Aber es hat er irgendwie nicht angenommen. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Zugegebenermaßen. Build and Checkpoint. Ich möchte wirklich gern speichern. Gut. Ich würde sagen, ich muss eh noch weiter aufnehmen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und tschüss.